Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu den heutigen Handelsideen für den 24. Juli 2018. Mein Name ist Mike Seidel und wir sprechen heute wieder über ein paar interessante Setups hier live an den Märkten Ludger. Einen schönen guten Morgen und auch die Anleitung oder Einladung an alle, die hier heute wieder live zuschauen. Wenn Sie eine Frage haben, dann scheuen Sie sich nicht. Lassen Sie uns die ruhig wissen und ich schaue gerne einmal in Ihren Wunschchart oder Wunschmarkt hinein. Und für all diejenigen, die heute hier live zugucken, gibt es auch noch ein kleines Schmanker sozusagen als Belohnung für das Livezuschauen. Vielleicht wird ein tolles Setup daraus. Das habe ich nicht im Blog aufgeführt heute. Aber ich habe das gerade noch bei den Durchsichten der jetzigen Situationen in den Charts gesehen. Das ist echt spannend, was da passiert. Lassen Sie sich überraschen. Geht gleich los. Vorab der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren hier ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das ist wichtig. Deswegen bitte immer auch mit Stops arbeiten, damit Sie Ihr Risiko auch kontrollieren können. Was können wir noch kontrollieren? Wir können unsere Zeit kontrollieren. Das heißt, wir können schauen, was an Nachrichten kommt und wann das Ganze kommt. Heute ist die Agenda etwas gefüllter als gestern, aber nichts gravierendes. Das heißt, wir haben hier um 9.30 Uhr den Einkaufsmanager-Index für das bearbeitende Gewerbe hier bei uns in Deutschland. Da gibt es dann noch ein bisschen rundherum alles hier um 10 Uhr dann. Also 9.30 Uhr, 10 Uhr sind wichtige Dinge, die wir für den heutigen Tag hier in Deutschland auf der Uhr haben sollten. Das kann zu Bewegung im DAX, aber auch im Euro führen. Dann treffen sich heute mal wieder die EU-Finanzminister. Auch ab 10 Uhr und dann am Nachmittag gibt es um 15.45 Uhr deutscher Zeit noch einmal das Thema Einkaufsmanager-Index. Hier allerdings aus den USA für den heutigen Tag und den Reigen der Nachrichten hier an dieser Stelle beschließt das API und zwar der API Rohöl-Lagerbestand um halb elf heute Abend. Da ist hier bei uns dunkel. Ich glaube, da handelt niemand mehr. Wir werden sehen, was das Öl hier in dieser Richtung macht und wo wir gerade beim Öl sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich mache es mal auf. Wir hatten ja gestern erst über den Ölpreis gesprochen. Ich hatte hier oben diesen Widerstandsbereich gegeben, um zu sagen, da könnte man mal hinschauen. Da hat der Markt immer mal so hochgespiked, kleine Trading Range ausgebildet und so weiter und so fort. Sie wissen, was wir gestern besprochen hatten. Sven, einen schönen guten Morgen. Toll, auch Sie heute wieder hier dabei zu haben. Wir sprechen jetzt gerade über das Öl und das kleine Schmankerl. Was ist das kleine Schmankerl? Gucken Sie mal. Gucken Sie mal auf diese Kerze hier. Dieses kleine Teil hier vom heutigen Handelstag. Das ist ganz klein. Das ist ganz, ganz flach und das ist echt interessant. Warum? Schauen Sie mal, wenn wir hier mal in der Stunde schauen, was sich hier in den letzten Handelsstunden ausgebildet hat. Wir haben hier eine kleine flache Handelsrange. Interessant. Warum? Weil wir hier in dieser Range eine Situation haben. Ich zoome das Bild mal ganz kurz etwas kleiner. Schauen Sie mal, was wir hier haben. Hier der wunderbare Aufwärtstrend in der Stunde. Richtig herrlich hochgelaufen. Pam! Hier wurde es gebrochen. Dieser Trend ist jetzt Geschichte. So und jetzt, jetzt wartet der Markt hier sozusagen auf eine Reaktion. So und jetzt gibt es halt die Situation, wenn der Abwärtsdruck weiter anhält, was wir in den letzten Tagen immer gesehen haben, dann haben wir hier jetzt die Situation, in der der Abwärtstrend entsteht. Und das, das kann immer für ein ordentliches Maß an Bewegung sorgen. Wir hatten so ein Trade ja schon häufiger aus solchen flachen Korrekturen heraus. Wenn es hier richtig runter schiebt, dann ist natürlich die Situation gegeben, dass durchaus Musik im Spiel sein kann. Und wir können jetzt schon die wichtigste Frage beantworten. Wer kauft, beziehungsweise in dem Moment, verkauft nach uns? Wir haben hier unten in diesem Aufwärtstrend der Stunde, haben wir schon mal hier unten ein Level bei, warten Sie, jetzt muss ich mal selbst gucken, dass wir das mal anvisieren. Hier unten haben wir ein Level bei 67,78 und dann hier dieser grün markierte Bereich bei 67,08. Das ist hervorragend, wenn das Ganze so am Laufen ist, nach unten auf die Unterseite. Wir haben ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis. Also wirklich, das ist eine feine Situation. Mal schauen, was der Markt daraus macht. Also das hier für Sie als Live-Zuschauer. Vielleicht geht es ja gleich in den Morgenstunden los, dass wir hier die Bewegung in die eine oder andere Richtung sehen. Mich persönlich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich würde sagen, knack das Teil nach unten und lauf nach unten an. Warum wünsche ich mir das? Wir haben einfach die Situation dafür gegeben. Da würde ein Trend entstehen und die, ich habe das in meinen eigenen Setups schon sehr, sehr oft, die kommen halt häufig relativ nachhaltig. Der erste Schub, wenn der Markt schon von oben drückt, das ist interessant. Wir kommen hier aus einer tiefen Korrektur. Anlaufpunkt dann wirklich hier unten. Dieser Bereich um die 67,12, 67,8 irgendwo. Das wäre echt schon spannend, was dann passiert. Und wenn es danach noch weitergehen sollte, ist nach unten hin auch noch einiges offen. Also wir sehen hier einen Markt. Sie sehen das selber, der mir persönlich auch recht gut gefällt, wenn er denn das entsprechende Setup auch spielt. Und damit würde ich dann ganz gerne weg vom Öl gehen, hin zu den heutigen Kandidaten im Blick. Und zwar ist das Schweizer Franken, japanischer Yen. Der ein oder andere wird sagen, huch, hatten wir doch vor kurzem. Ja, hatten wir vor kurzem. Schauen wir heute noch mal drauf. Hat sich ein bisschen was geändert. Dann schauen wir auf das Cable, Great Britain Pound, US Dollar und wir gucken mal wieder auf den Goldpreis. So und ich würde sagen, wir beginnen. Was haben wir zuerst? Schweizer Franken, japanischer Yen. Hopsala. Da wollen wir doch lieber die Präsentation wieder im Hintergrund haben. So. Und sprechen hier dann entsprechend, hups, für den Markt. So, jetzt hole ich den Metatrader wieder rüber und wir gehen direkt in den Schweizer Franken, japanischen Yen. Hier ist er im Tagesschart. Wir hatten vor ein paar Tagen drüber gesprochen. Da stand der Markt hier oben in diesem Bereich bei 113,168. Und was ist da gewesen? Beim letzten Mal hatten wir darüber gesprochen, dass wir hier oben so eine Art Top-Bildung hatten. Die wurde dann auch bestätigt. Die Korrektur hat nach unten, Entschuldigung, die Korrektur hat nach unten angefangen und sich schön fortgesetzt und notiert jetzt hier unten im Bereich dieses Korrekturtiefs, dieses gültigen Korrekturtiefs. So. Jetzt haben wir hier gestern schon mal einen Abprall nach oben gesehen. Wir haben jetzt hier immer die Möglichkeit, wenn wir hier unten abbrechen, also nach oben schieben sozusagen, dass wir dann wieder in die Bewegung hineingehen, also in diesen übergeordneten, also in diesen blauen Trend hier rein, in die Bewegung dieses Trends. Dann haben wir hier entsprechend die Vortageshochs als Anlaufpunkte auf der Oberseite. Das heißt, wenn jetzt Stärke reinkommen sollte, dann haben wir hier das Vortageshoch, also das gestrige Hoch bei 112,376. Dann haben wir hier oben die 112,702, bevor wir dann wieder hier oben in diesen Markt hineinlaufen, in diesen genannten Widerstandsbereich. Das ist mal das Szenario nach oben. Momentan spielt der Markt dieses Szenario allerdings nicht. Er tingelt so ein bisschen im Bereich der Vortageskurse herum. Wenn, wenn hier weitere Schwäche in den Markt hineinkommt und der Markt tiefer korrigiert, dann ist die Gefahr da, dass wir unter dieses Korrektortief laufen. Das würde dann entsprechend bedeuten, dass wir hier Schwäche sehen, dass dieser Aufwärtstrend, dieser blau eingezeichnete Aufwärtstrend gebrochen wird und die Märkte doch dann deutlich weiter nach unten laufen können. Da hätten wir dann die Anlaufpunkte hier unten in den Tagestief stehen bei 111,589, beziehungsweise es kann dann auch noch tiefer gehen bei 111,395. Das wären mal so die ersten Punkte auf der Unterseite. Wie schon gesagt, das ist die Unterseite. Die Oberseite, wenn Stärke hineinkommt, liegen dann entsprechend hier die Tageshochs vor uns und dann hier oben dieser Anlaufbereich bei 113. Was war das Hoch hier? 2, 5, 6 an dieser Stelle. Oliver Müller auch hier und wieder live dabei. Einen schönen guten Morgen. Also ich hatte gerade darüber gesprochen, wenn das eine oder das andere passiert und was hier gerade passiert, das schauen wir uns hier einfach einmal auch im Stundenchart an. Das heißt, wir sehen hier im Stundenchart die schöne Gegenbewegung, auch von gestern. Jetzt hier wieder diesen Rutsch nach unten. Also das heißt, wir haben hier untergeordnet, wenn wir uns das auch dann oder wer von Ihnen das sich in den kleineren Zeiteinheiten anschaut, beispielsweise in den 15 Minuten oder 5 oder 10 Minuten, wie Sie es bevorzugen, haben wir hier einen laufenden Abwärtstrend. Aber Sie sehen, der hat hier unten gleich wieder rausgespiked. Das heißt, mal kurz berührt und dann wieder nach oben gelaufen. Das heißt, hier ist jetzt so einen Punkt erreicht, wo der Markt sich noch nicht richtig entschieden hat. Und hier kommt es halt wirklich darauf an, was passiert. Unterschreiten der gestrigen Tageskerze heißt, weitere Korrektur heißt Trendbruch. Wenn der Markt rumdreht, dann haben wir die Situation, wir springen vom Unterstützungslevel sozusagen ab, haben eine sehr, sehr tiefe Korrektur gesehen und haben dann an dieser Stelle natürlich die Chance, nach oben zu laufen. Und wenn Sie sich das Ganze in einer Stunde mal anschauen, dann sehen Sie auch, wo hier Level liegen könnten, an denen andere Käufer in den Markt hineinkommen. Das ist dann sehr, sehr gut verwendbar für das Trading und auch für die Planung Ihrer Trades. Also lassen Sie sich einfach von Markt zeigen, was zu Ihrem Setup passt. Und damit ist gut. Auf alle Fälle hier ist ein Bereich, der schon etwas an Beachtung findet und hier nicht so einfach nach unten laufen will. Also vielleicht dreht der Markt rum oder er bricht. Wir werden es sehen. Bewegung kann hier auf alle Fälle reinkommen. Und das ist ja das, was die kurzfristigen Trades auch immer benötigen. Es braucht Bewegung. Und mit dem Thema Bewegung gehen wir zum Cable rüber, hier auch in den Tageschart hinein. Und Sie sehen, was ich hier angezeichnet habe. Wir hatten hier oben diesen Bereich um die 1, wo haben wir es gelegen? Hier 1,33, 1,37, an denen der Markt hier sich die Zähne ausbeißt. Das ist auch der Bereich hier dieses Hochs-, dieses Abwärtstrends. Da ist er mal kurz drüber gelupft und dann wieder direkt runter zu laufen und trendig nach unten zu gehen. Jetzt hatten wir hier eine kurze Gegenbewegung. Dann gab es am Montag dieses Umkehrsignal. Hier diese Short-Umkehrkerze, die ich mit diesem roten Pfeil markiert habe. Und wenn die ihre Bestätigung findet, dann haben wir hier an dieser Stelle das Potenzial, weiter auch nach unten zu laufen. Ich muss den Chart hier mal etwas kleiner machen, damit wir etwas mehr an Historie sehen. Und zwar, dass die Zielbereiche entsprechen. Das heißt, wenn wir hier weiter nach unten laufen, wonach es momentan so ein bisschen ausschaut. Wir gucken uns die Stunde gleich an. Dann haben wir hier die Stunde im laufenden Abwärtstrend. Anlaufziel wäre mal hier dieses Tagestief von oder um die Marke von ungefähr 1,29, 9,27. Nehmen Sie es nicht hier auf den Pip hinten. Genau, das sind immer grobe Anlaufbereiche. Dann haben wir hier das aktuelle Bewegungstief oder auch das Trendtief. Das liegt im Preis von 1,29, 5,9, 2. Wenn das gebrochen wird, dann gibt es nach unten Anlaufpunkte. Hier, ich habe Ihnen da mal Marken in hier im Chartverlauf aus der alten Historie dieses Aufwärtsschubs rausgesucht. Und das war einmal der Bereich hier um die 1,28, 1,28, 1, 1. Und hier unten an dieser Stelle die 1,27, 7, 8, 4. Das ist das, was mittelfristig, wenn sich dieser Abwärtstrend hier fortsetzt, angelaufen werden kann. Wie schon gesagt, das ist jetzt nichts für das, denke ich mal, zumindest kurzfristigste Trading. Wobei, wenn so ein Schub wie hier reinkommt, kann das auch relativ fix gehen, dass wir da unten landen. Aber ich denke, für das kurzfristige Trading ist es interessant, was jetzt hier passiert. Und da haben wir den Blick in die Stunde zu machen, einfach um zu sehen, was hier losgeht. Und hier sehen wir schon, die Stunde hat zwar diesen Abwärtstrend hier, also diesen hier, den wir hier am Laufen haben, rausgenommen, hat hier einen Aufwärtstrend gebildet. Aber dieser Aufwärtstrend, Sie sehen es, wurde schon wieder durch einen validen Abwärtstrend sozusagen, ja, gegenbewegt. Das heißt, wir haben jetzt hier in der Stunde einen Trend, der nach unten läuft. Und das kann man doch wirklich schön dazu nutzen, nach unten raus zu traden. An dieser Stelle hier ist es jetzt interessant, was passiert, wie sich der Markt weiterentwickeln. Da kann man durch die kleineren Zeiteinheiten, kann man da gut und gerne ein bisschen, sage ich mal, Timing-Komponente betreiben. Sie sehen auch, wir hatten hier wieder eine flache Range, die nach unten gebrochen wird. Der Schub kam leider ein bisschen früh, sonst hätte man das wirklich sehr, sehr schön zum Handel auch nutzen können. Also hier diese sogenannte Overnight Range, die wir hier haben, also so ab 10 Uhr abends ist das doch interessant. Das hatte ich ja mal vorgestellt, dieses Setup, bis so 7, 8 Uhr morgens. Spannend. Aber hier, ja, der Markt kam einfach vor uns hier zum Laufen, hat den Schub nach unten schon gemacht. Habe ich auch nicht gesehen. Da habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt. Aber Sie sehen, das funktioniert auch relativ gut. Und jetzt haben wir die Bewegung nach unten. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass dieser Schub nach unten gerade weit in seiner Bewegung steht. Mal gucken, ob er noch etwas korrigiert oder direkt weiter nach unten läuft. Das sind dann wirklich, wie schon gesagt, die Dinge, wo man in den kleineren Zeiteinheiten sehr, sehr, sehr gut das Timing betreiben können. Das heißt, einfach mal, wenn der Markt das hergibt, abwarten, bis etwas Korrektur kommt. Dass wir hier diesen Schub in der Stunde nach unten in der Korrektur etwas sehen und dann heraus wieder traden. Das wäre dann doch eine relativ interessante Geschichte, die man hier in diesem Währungspart traden kann. Auf Tagesbasis gesehen, wie schon gesagt, nach unten ist das, was eher präferiert wird. Sollte stärker reinkommen, gibt es hier oben ein paar Tageshochs. Man muss abwarten. Die liegen doch ganz schön weit weg. Ich denke mal, die werden nicht kurzfristig angelaufen. Hier das Tageshoch von gestern ist natürlich ein interessanter Punkt. Sollte stärker reinkommen. Aber wenn hier an dieser Stelle stärker reinkommt, ist natürlich dieses Setup auch erst mal gestorben, was ich gerade vorgestellt habe. Weil das ist ja ein Setup, was auf Schwäche abzielt. Das heißt, hier die Trendrichtung auch weiter nach unten abläuft. Und das ist ja das, was hier nach unten läuft. Der Trend ist nach unten. Und wenn das plötzlich Stärke gibt, sind die Abwärtstrends gerade in den kleineren Zeiteinheiten ja definitiv gebrochen. Und das würde dann dafür stehen, dass die Korrektur weiter nach oben läuft. Die Korrektur dieser Abwärtsbewegung, also hier das Setup in meinen Augen deutlich erst einmal nach unten gerichtet. Wenn es der Markt spielt, können wir dabei sein. Und wenn nicht, einfach die Füße stillhalten. Es gibt noch mehr Dinge hier zum Traden. Und bei den mehr Dingen zum Traden schauen wir direkt mal noch in den Rohstoff vom Gold hinein. Da ist ja wirklich momentan auch wieder ordentlich Abwärtsdruck an den Märkten vorhanden. Wir hatten den Goldpreis in einer kurzen Korrektur. Ich habe jetzt hier für Sie wieder den Tageschart auf dem Bild. Ich mache das Bild mal ganz kurz etwas größer. Wir hatten ja hier schön den Schub nach unten gehabt. Wir hatten hier die, die sage ich mal, diese starken Kurshochanstiege, Intradereversal sozusagen. Und dann gab es hier am Montag schon wieder ein Umkehrsignal. Diese Kerze, die ich hier mit dem Pfeil markiert habe, das ist die Umkehrkerze. Diese wurde mittlerweile auch schon bestätigt. Das heißt, der untergeordnete Trend in der Stunde läuft auch schon wieder abwärts. Wir sind hier, in diesem Bild hatten wir ja schon häufiger besprochen. Diese große Range zwischen 1.365 Dollar und 1.237 Dollar, wo der Markt immer mal oben angedutzt ist und unten angedutzt ist. Jetzt sind wir drunter. Jetzt probierte der Markt von unten oben ranzulaufen und hier kam direkt entsprechend der Abfall. Und hier kann man von diesem Bewegungsfluss, wenn diese Schwäche sozusagen weiter anhält, doch ein wenig profitieren. Ich würde mich jetzt zeitig nicht zu lange aus dem Fenster rauslehnen, weil es kann immer wieder kommen, dass der Markt plötzlich die sicheren Häfen sucht und dann ist Gold plötzlich wieder ein starker Anlaufpunkt und da kann das Ganze hier ziemlich stark nach oben laufen. Und das ist natürlich hier ein Punkt, wo man eher die kurzfristigen Seiten spielen sollte, um einfach in einem schnelllebigen Markt, wie das teilweise in Gold der Fall ist, hier immer auch nah am Markt zu sein. Das ist da wirklich sehr, sehr hilfreich in diesem Momentum. Raffik, einen schönen guten Morgen hier im Live-Webinar. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Goldpreis, in die kleineren Zeiteinheiten herein. Sie sehen also hier, nach unten hin haben wir zwei relativ naheliegende Tagestiefs bei 1.215 und 1.211 liegen. Und dann gibt es hier noch diesen Bereich hier, an diesem Tiefpunkt aus dem vorherigen Trends, um die Marke von knapp 1.200 US-Dollar. Was haben wir hier? 1.204 war das Tief hier unten gewesen. Also das ist eine Marke, wo der auch dynamisch noch mal reinlaufen kann. Der Goldpreis, wie schon gesagt, immer der Maßgabe geschuldet, dass der Trend hier in Ruhe weiter nach unten laufen kann. Sobald es irgendwelche Dinge gibt, die die Sicherheit der Anleger bevorzugt, dann kann es auch relativ schnell gehen, dass wir hier mal eine fixe Gegenbewegung sehen, wie das hier der Fall gewesen ist, letzte Woche Donnerstag und Freitag. Das kann relativ schnell gehen, deswegen hier wirklich nah am Markt zu sein. Das ist etwas, was ich hier sehr, sehr gern als Empfehlung mit ausspreche. Im Bereich der Werkpapieranlage spricht man ja nicht so häufig von Empfehlungen. Ich weise hier auch immer darauf hin, dass das Ideen sind, wo ihre eigenen Setups sozusagen eingegliedert werden sollen. Weil ich habe es schon oft genug erlebt, Leute sehen den selben Chart und machen komplett unterschiedliche Dinge, weil sie einfach unterschiedliche Setups haben, die trendbasiert sind. Aber jeder tradet so ein bisschen seinen eigenen Stiefel und aus diesem Grund schauen wir hier einfach auf die entsprechenden Situationen im Chart. Und hier sehen Sie in der Stunde, die Stunde ist definitiv abwärts gerichtet. Hier heißt es dann halt jetzt einfach, was geht hier entsprechend weiter. Sie sehen auch, es gab nicht wirklich viel Korrektur nach oben. Der Markt tendiert hier wieder nach unten und Sie sehen es, wenn hier dieses Tief entsprechend unterschritten wird, dann haben wir die Trendverläufe weiter nach unten gerichtet. Korrekturen sind dann vorbei und dann liegen die Anlaufpunkte hier entsprechend in den Märkten. Für diejenigen, die es kleiner haben wollen, hier schön die Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Jetzt haben wir hier schon wieder Trend nach unten. Hier unten bildet sich in den 15 Minuten der kleinste Trend nach unten wieder im Ablauf dann. Also das sind alles Dinge, die können wir in den kleinen Zeiteinheiten sehr, sehr schön sehen und der ein oder andere auch gut für das eigene Trading mit nutzen. So, jetzt bin ich mit meinen Handelsideen für den aktuellen Tag durch. Ich gucke noch mal kurz in den Chat hinein. Ich freue mich, wir hatten heute wieder einige Teilnehmer, die hier auch live ein Hallo rein geschoben haben in den Chat. Da freue ich mich auch immer drüber, wenn das Ganze lebt, wenn die Kommunikation beiderseitig ist. An dieser Stelle möchte ich mich dafür bedanken, allen hier einen erfolgreichen Tag wünschen. Ich hoffe, die ein oder andere Idee gefällt Ihnen und kann für Sie genutzt werden. Wir sehen und hören uns dann morgen wieder. Gegen 8 Uhr gibt es den Blog-Eintrag, also spätestens um 8 Uhr und 8.30 Uhr hier. Dann wieder ein herzliches Willkommen live im Webinar. Ludger, vielen Dank, sehr, sehr gern geschehen. Das macht mir auch unheimlich viel Spaß, Ihnen hier so ein bisschen Einblicke in meine Handelsvorbereitung zu geben. Also allen gute Trades und bis morgen. Machen Sie es gut, Sie sind hier im Exile.